Ich hab ein Laserschwert, Alter. Das hat mir der Wolfram gemacht. Oh yeah, Baby. Oh, die Sonne. Wie schön. Lecker. Oh, da sind Gegner. Ja, ich muss mein Schwert ein bisschen verbessern. Sexy Blue Teens, Baby is all that I want. Und ich hab ein Ohrwurm. Wow. Was denn? Das hat Bums. Echt? Aber das steht. Ja, ist egal, was das steht. 4 Attack Damage und Attack 2,5 Hearts. Also mein, äh, das Skelett, was ich gerade angegriffen habe, war ein One-Hit. Okay. Nice. Okay. So, wie viel hat das jetzt? Das ist ein Bronze-Krotz-Barm. Und rein 20 XP. Ein Matherrack-Tool-Rod. Oh, Handle-Modify 1.2. Hm. Das ist, ist angenehm für dich, ja. Wo kannst du denn das überhaupt... Ah, da kann man das gucken. Sag mal, wie kommen wir denn an Blümchen? Äh, die breiten sich von alleine aus. Die Blumen breiten sich aus? Also ich muss Blumen gießen, damit ich Blumen bekomme, oder was? Nein, die breiten sich ganz von alleine aus. Ja, aber ich habe hier, ich bekomme hier immer noch Blackberries. Und iPhones. Und Samsung-Alexis. Idiot. Oh Mann. Sag mal, ist das hier wirklich... Ist das hier... Ist das dein Ernst? Warte mal. Biom, 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 Biom. Planes. Warum ist das hier so dunkel? Weil es es kann. Spawning. 52% und jetzt... Muss ich das gießen? Hm. Na toll, mit meiner Obi-Axt hätte ich auch schon Ardite abbauen können, sehe ich gerade. Naja, egal. Egal. Warum habe ich ein Pfeil in meinem Inventar, ey? Ah, hier ist wieder alles unübersichtlich. Warum... Achso, das ist... Ach, der ist von Ex nihilo, weil... Der für Skyblocks ist. Der Artificial Hive. Ja, das ist durchaus möglich. Technik-Mod, da... Zack. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, der funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas... Irgendwas müssen wir ja falsch machen. Soll ich mal Bienen mitbringen? Oder hast du Bienen bei dir? Ja, am besten welche für diesen Hive auch. Wir haben hier unten Modest und Meadows. Was hättest du gerne? Ich habe Meadows und Modest. Habe ich schon dabei. Ja, wenn du welche dabei hast, dann versuch doch mal... Warum habe ich denn nur noch drei? Ach, ne, da oben ist die Prinzessin, sage ich schon, die Königin. Die Prinzessin auf der Erste. Aber es ist Nacht. Wir müssen arbeiten. Oh ja. Dann... Auf, auf. Tut sich nichts. Auch nicht mit Shift. Nee. Mit Shift? Achso, mit Shift drauf klicken. Okay. Ich packe die Bienen jetzt in die Kiste hier. Ja, tu was du willst. Machst du ja eh. Mach ich sowieso, ja. Warum ruckelt denn das heute wieder so bei mir? Das ist ja schon... Babi, ja ruckelt nix. Vielleicht, weil du der eine am Ruckeln bist. Ich habe doch nichts umgestellt. Aber Minecraft hat ja... Was machst du da? Ey, du bist ein Idiot. Achso. Lass doch reingehen. Ja, aber mitten in der Nachts... Ah, sie schlafen. Da sind Endermen, da sind Endermen, da sind Endermen. Ich muss aufpassen. Ja, vor allem, dass du mich nicht triffst. Ja eben, das meine ich ja. Ich bleib hier beim Eingang stehen. Hau raus. Ja, ja. Vorsicht. Aber ich krieg die ganzen grünen Schleimis. Oh, kannst du halt in die Mobkiste machen. Ja. Mob-Trop. Yeah, ein der da. Smite. Toki's Revenge. Bei mir noch nicht, oder? XP noch nicht ganz voll, ne? So, was ist jetzt... Oh, das sieht cool aus jetzt. Wie hast du das genannt? Kinsey's Dark Side. Geil, danke. Das ist echt cool. Guck mal, wie meins jetzt aussieht. Das verändert dir das Aussehen sogar. Wow. Ja, cool. Das kriegt gleich die nächste Stufe her. Das sieht aus wie ein Experten-Schwert. Wie die anderen. Achso, sorry. Oh, ich bin noch verhungern. Sehr schön. Ich auch. Ja, wo ist mein... Kämpfen... Hast du noch? Hier, hinter mir die... Ja, ich hab, ich hab, ich hab. Kämpfen kostet halt doch echt immer viel. Ja. Das stimmt. Aber egal, wir müssen ja unser Schwert verbessern. Aber... Für den Fall aller Fälle. Leider keine Ender-Perle getroppt. Auch wenn du sowieso... Wenn du sowieso Schleim bei dir hast. Brauchst du Schleim? Ne, gib ich dir meinen auch noch. Komm, gib her. Ich geh runter. Pasen. You got it. Ergert mich ein bisschen. Ich hätte mal vorher gucken sollen nach den Bienchen. Ja, du hättest eben eigentlich Zeit gehabt in der... In der schönen Pause. Aber... Er wollte nicht. Wow. Was ist jetzt los? Hm. Inventory Settings. Was war denn das bitte? Auf irgendwas geklickt, worauf ich nicht klicken wollte. Sollte... Steht schon wieder Artificial Hive. Ich versuch jetzt einfach mal ein Meadows Hive. Muss ich den auch tränken? Oh, du fragst mich was. Ja, aber das andere muss ja auch irgendwie gehen. Nether Sulfur, oh, das brauche ich. Also hier sind ganz viele Blätter. Ich versuch das mal. Aber das hier ist ja kein Forest. Ich geh schneller. Geh schneller. Geh schneller. Ich geh schneller. Wir haben irgendwo Forest. Tu dich doch einfach die Runde hier, die Folge da irgendwie anders beschäftigen und dann guckst du ja nach der Folge, wie das geht. Hier ist Forest. Hallo, Kenzie. Hast du zugehört? Ja, ich würde es aber gern. Ja, aber du kannst doch jetzt noch zwei Sekunden, also eine Folge warten. Ja, das kann ich noch. Das kann ich wohl noch. Für Sulfurohr brauchen wir Minulium. Willst du mich verarschen? Ist hier hinten auch Forest? Ach, hör auf. Baumfarm. Das würde passen. Forest, Forest, Forest. Aber da müssen hier noch mehr Bäume hin. Ich habe noch eine Idee, was ich ausprobieren möchte. Okay. Tu es. Ich weiß nur nicht, ob ich den auch dingsen muss. Dann nehme ich lieber Eiche. Eichenstabeln. Ich bin immer noch mal auf der Suche nach Kobalt. Das dauert aber noch lange. Was ist denn das Rote da? Ich habe rotes Erz gefunden. Was ist das? Redstone. Weiß nicht. Keine Ahnung. Sieht das so aus hier? Oh ja, Nether Redstone. Nehme ich mal mit. Oh, direkt noch eins drüber. Das ist die Erdkiste. Diese Geräusche, ey. Ich gehe ein hier. Ich gehe ein. Nether Lead Ohr. Ne, brauche ich nicht. Das ist ein Rubberwood Tree. Der kommt weg. Rubberwood, Rubberwood. Blue Jeans, Baby, is all that I want, the sexy blue. Oh, Kinzi. Du bist schuld. Ja und? Du musst es ja nicht immer singen. Aus dem du hast angefangen vom Squeezer zu reden. Ja, ich meinte aber den Minecraft Squeezer. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh mein Gott. Sag mal. Ach, da fehlt die Animation oder was? Das sind ja alles Fäden. 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 Eine Fäde. Eine Fäde. Ja, eine Fäde. Oh, krumm hier nicht so rum, ey. Alter, hier gleich mal ein. Ach, ich höre hier aber Geräusche um mich rum. Die Fäden haben wir nämlich nicht. Nimm es nur viel von. Da vorne sind riesen pinke Mushrooms. Da sind drei Pikmin. Ja, pinke Mushrooms. Das ist ja fett. Boah, ey. Ich sehe keinen einzigen Kobold. Das ist nicht so gut. Ich sehe immer nur einen Kobold hier auf der Map. Ja, ja. Damit meinst du mich? Oh, der heißt Wolfram, ja. Das sind Imps. Deine süße Impis. Die sind links nicht. Oh, Kobold Ohr. Yes. Nein, Lapis. Ach, fick die Henne. Wörf das nicht weg. Können wir auch trotzdem noch gebrauchen. Ja, klar. Aber Kobold wäre halt um einiges cooler. Ja, natürlich. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ich brauche noch ein Zeppling. Doch, ich möchte alles. Dann ist noch irgendein blaues Ohr. Da muss ich aber über einen riesigen grünen Mushroom laufen. Oder um einen riesigen grünen Mushroom. Wo ist meine Gießkanne? Da. Oh, ein kleines Leck. Ja, leckt es mir am Arsch. Nee, der macht jetzt ja gar nichts. Der Meadows Hive. Ach, schon wieder Lapis. Oder? Oder der Artificial Hive ist zum Unlocken. Und ich versuche mal, die da rein zu... Jetzt habe ich die natürlich nicht dabei. Kobold! Kratz! Warum kann... Warum ist das... Kobold hat Harvest-Level Kobold? Warum kann ich das nicht hiermit abharvesten? Das finde ich scheiße. Naja, gut. Da nochmal nachgucken. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, wo es ist. Hast ja gleich Zeit nach der Aufnahme. Ja. Kurz googeln, womit man Kobold abbauen kann. Ich habe eigentlich gedacht, Kobold und Ardite hätten dasselbe Mining-Level. Aber anscheinend nicht. Scheide. Äh, schade. Ich packe hier gleich noch selber ein paar Blätter ran. Erst noch ein paar Ims... Ein paar Imsfetzen? Ah, das ist gut. Irgendwie. Das ist scheiße. Was macht er jetzt? Gar nichts. Ich nehme den nochmal mit. Tauche den auch in Öl. Und gucke, ob das was bringt. Ach, der ist zum Beispiel nicht abzubauen. Wer? Was? Wieso? Der Meadowhive. Okay. Ja doch, den kannst du abbauen, aber da brauchst du irgendwie was Spezielles für. Ach. Verdammt, jetzt finde ich wieder den Weg nicht. Alchemic Chemistry Set? Was soll das sein? Das ist das Ding, was hinten bei dem Blutaltar steht. Daraus macht man ein Meadowhive. Mit Flower und einem Sentent Artificial Hive. Ja, das kann durchaus sein. Andere Möglichkeit gibt's auch nicht. Ach. Ach, die Henne, ey. Wie komme ich denn da runter? Ach, da kam ich her. Da? Da ist ein Vom Ball, da kam ich her. Und ich sage, es war ja noch dritte her. Du, die haben ja echt schon angefangen wieder mit Lebkuchen beim Aldi und Co. Nee, die haben sie nicht mehr alle. Nee, echt. Metall, nee, Sugar. Wahnsinn, jedes Jahr das gleiche, ey. Let it snow, let it snow, let it snow. Ich reiz nicht, ich gucke mir das jetzt. Ja, ich weiß, ich soll's nicht machen, aber irgendwie das heißt, dass ich in Frieden... Was denn, was nicht machen? Ach, ich brauche ja auch vielleicht den noch besuchen. Ähm, ja, hier mit Bean. Ich bin nochmal zurück. Was kann ich mit dem Scope machen? Moin. Ah, ist da. Ja, lockerer, easy dicker. Sehr schön. Sehr schön. So. Nether Lapis, Nether Redstone. Das gibt nochmal richtig schön viel. Pulverisieren. Oh, 24 Redstone kommen da raus. Sehr geil. Und was kommt aus so einem Lapis raus? Auch 24? Das wär cool. Ja, doch, auch 24, glaub ich. Ah. Silk Touch, perfekt. Oder nur 20. Was hat Silk Touch? Mein Schwert. Ein Holzschwert. Ah, hast du grad noch gekämpft? Äh, nee, ich hatte das noch, ähm, von früher und kann das gleich bestimmt gebrauchen, um den Forest Hive abzubauen, den ich gleich da hinsetzen werde. Aber warum willst du den überhaupt nochmal abbauen? Wenn's nicht klappt, das mein ich. Achso. Ich hab da hinten jetzt extra ein paar Bäume gemacht, dass da ein paar Blätter um zu sind. Und da setz ich jetzt einen Forest Hive hin. Aha, ladidada. Ja. Wenn du übrigens mal Lapis noch mehr brauchst, wir haben momentan so viel. Und jetzt versuch ich mal die Bienchen da reinzupacken. Lapis brauch ich eigentlich nur für leere Schemenblätter hier, äh, Schemas. Für die Werkbank. Hm, dafür brauchen wir Lapis. Oh, okay. Oh, das sieht man mal Nacht, das ist sehr gut. Gibt's ne Anleitung für Forestry, also ich meine In-Game-Anleitung. Oh, glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Der ist auch bestimmt in der Strongbox. Mhm. Der Mond ist aufgegangen. Oh, Enderperle. Oh ja, wir müssen ja das... Zwei Enderperlen. Genau. Ich geh mal, aber da sind noch gar keine Monster, dann kann ich ja noch... Drei Enderperlen, sehr geil. Hast du gehört? Äh, drei Enderperlen? Wie? Bye. Oh nein. Oh nein, ich bin da schlafen gegangen. Ich wollte auf ein Messer leveln. Please sit on sleep, eh. Ich seh auf dem Baum einen einzelnen Zombie. Ich werde mich hoch teleportieren. Aber nur wenn du vor mir da bist. Wo ist er? Weg ist er wahrscheinlich verbrannt. Das ist ne Spinne. Die bleibt. Achso, ne Spinne. Aber du hast eben ein Zombie gesagt. Ah, ist offen. Alter, ey, bist du des Wahnsinns. Wieso, was ist los? Äh, weil du grad von dem Baum da runter bejumpt bist. Ja, aber ich hab sie erwischt. Ich auch. Was? Die Erfahrung hab ich wohl gekriegt hier. Die Erfahrung ist mir noch egal. Ich bin nur mein Schwert level. So, und was ist jetzt hier mit dem Hive? Ist es einfach nur Pech vielleicht auch? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht muss ich ihn öfter tränken. Sozusagen eher tränken. Aber jetzt hab ich nur noch... Achso, ich hab einen hier noch. Aber da sollen doch Prinzessinnen rein. Also müsstest du es eigentlich eher sie tränken. Stimmt. Sentent Artificial Hive. Ah ja, ich wollte auch noch mal. Setz dich schon wieder da hin. Hier ist ja Plains, hier sind Blumen. Och, jetzt hast du den ganzen Bookbinder mitgeholt, ne? Ja, natürlich. Natürlich, ja, natürlich. Nicht nur das Buch rausholen, was du brauchst. Nee, ich nehm' alle mit. Ist ja nicht mal drin. Wo bist du? Das ist das Kuriose. Gib mir den Buchbinder. Ich muss wirklich was nachgucken. Gib mir den Buchbinder. Danke. Bitte. Hab ich doch gern gemacht. Ja, 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 ja. Papala, papala. Mighty Smelting? Nein, Materials and View müsste das sein. Ich muss mal gucken, womit ich Kobalt abbauen kann. Das steht doch bestimmt hier drin. Ich hab noch mal Neterwarzen abgebaut. Okay, ich habe das falsche Buch. Brauche ich das rote. Ja, weißt du, wo es hinkommt, ne? Ja, unten in die Magiekiste. Mining Level Obsidian, Eisen, Stone, Minulium. Mit einer Obsidian-Axt kann ich Minulium abbauen? Weißt du nicht. Mich verarschen? Ja, steht hier. Aber mit einer Aliumite soll ich auch Minulium abbauen können. Aber Kobalt wird doch eher kein höheres Level als Minulium haben. Pristine Stock. Woher kriege ich einen Pristine Stock? Oh. Viele, viele bunte Bienen. Hast du welche? Nee, aber hier sind ganz viele. Äh, im Menü. Im Too Many Items. Es gibt kein Pristine Stock, ihr Follorz. Also jedenfalls nicht bei Too Many Items. Hey. Ja, dann musst du das vielleicht irgendwie anders machen. Ach, Mann. Sonst zeigt doch Too Many Items immer alles an, wie man das macht. Ja, hier ist das ja was ganz Eigenes. Was war das? Oh, ist das eine fette... Spider-y Princess. Aha. Aha, 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 aha. Ich glaube, der Pristine Pyro Princess, aha. Ich glaube, der Pristine Stock ist aber auch so die Königsklasse. Das kann du doch sein, ja. Hm. Na, jetzt ist es auch mal gut hier. Ich muss mich mit etwas anderem beschäftigen. Was kann ich denn mal machen? Wo ist denn mein Questbook? Ich habe gerade so schön viel Platz im Inventar, weil es ja alles in der Nähterkiste ist. Hier, Click to Start. Oh, wir haben doch noch 46 Leben. Scheiße. Was denn mit Steel Powered Flight? Kann ich nicht da irgendwas machen? Ich habe noch einen Unclaimed Reward. Oh, wow, ja. Ich gucke mir mein Reward-Bag an. Mein Reward-Bag, das ist voll. Oh, ein Spiked Pig. Heavy Armor, Steel, ah, okay. Repair Material, Cactus. Cactus. Oh. Oh, das mache ich mal. Und ein halbes Viertelherz, meine ich. Steelworking and you. So, wie bekomme ich Stahl? Dafür brauche ich Gunpowder, Redstone und Sand. Sehe ich das richtig? Jawohl. Gunpowder, Redstone und Sand. Soll ich mein Herz im Handel anbieten? Warum? Die haben doch eh genug. Nö, ich meine Rottenheart. Tricksack. Ah, jetzt muss ich es eigentlich machen, wenn ich es noch irgendwann machen will, weil sonst gucken die die Folge und dann ist es vorbei. Dann handeln die nicht mehr mit mir. Nein, mache ich nicht. Ich distanziere mich davon. Was bist du denn? Ich dachte, du wärst beim Seerotank hier. Äh, nö, wieso? Oder Deep Tank. Was soll ich da? Weil du doch Stahl herstellen wolltest. Ja, ich muss ja erst mal die Sachen holen, die ich brauche. So. Hm, ich kann noch ein bisschen squeezen. Muss ich da sowieso. Squeeze, 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 squeeze. Na, wo ist es denn? Oh, nochmal gerade gucken, wie muss das sein? Äh, Gunpowder, Redstone, Sand. Gunpowder, Redstone, Sand. Dann brauche ich jetzt noch Iron Ingots. Und zwar, wie brauche ich für eine komplette Rüstung? Wie viel brauche ich für eine komplette Rüstung? Gute Frage. Lass mich rechnen. Für die Beine brauche ich zwei, für den Kopf brauche ich drei. Das sind schon mal sieben. Dann brauche ich noch mal sieben für die Beine. Das sind 14. Und acht für den Brustpanzer. Das sind 22 Iron Ingots. Habe ich hier sogar. Sehr schön. Warum ist denn der Fluid Transposer oben mit nichts verbunden? Weiß ich nicht. Ja, du hast zuerst den da, Dings. Achso. Jo, ich habe da angefangen, aber das hat sich erledigt. Aber ich merke gerade. Ich habe vorhin dem Brainiac scheiß erzählt. Hm. Toll. Er braucht nur den Squeezer. Der füllt das nämlich selber in die Kannen. Okay. Naja. Dann kannst du mir gleich, kannst du mir gleich aufklären. So, und wir müssen jetzt auch schon wieder hier Feierabend machen. Los, dein Spruch. Nein, nicht im Ernst. Doch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen hoch. Da ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder reinschaut. In diesem Sinne, macht's gut. Tschau. Tschau. Auf Wiedersehen. Oh, Disconnect. Gucken wir mal, wie das mit den Bienen geht. Auch hier, wenn du mir そier, da dir das mit den Bienen geht. Vielen Dank.